Eine neue Folge MT5. Ich zeige euch eine Aufstellung für die Dämonen und zwar die 532. Viel Spaß! Ja, noch ein Aufstellungsvideo. Ihr wisst, ich finde Aufstellungen super wichtig, um gut ins Spiel reinzukommen und einfach schon mal eine Idee davon zu haben, was man tun möchte. Dazu zur Wiederholung nochmal, ich möchte möglichst schnell zum Gegner in die Hälfte kommen, denn da gibt es die Bonuspunkte beim Schlagen und ich möchte möglichst schnell möglichst gute Kreaturen haben. Da ist bei den Dämonen so ein bisschen, ja, man möchte gute Kreaturen haben und vielleicht auch viele, aber das ist bei den Dämonen ein bisschen schwierig. Aber die Dämonen haben zwei äußerst starke Kreaturen, die sehr niedrig sind von der Machtstufe her und das ist einmal der Wicht, der andere Kreaturen schützen kann, angrenzend, außer andere Wichte. Und einmal die Besessene, die die einmalige Regel hat, dass sie geschlagen werden muss, wenn der Gegner das denn kann, mit einer angrenzenden Figur. Und damit kann man gut Fallen bauen, was halt auch so ein bisschen die Identität der Dämonen ausmacht. Und deswegen ist das bei den Dämonen, die haben auch nicht so ein schnelles Aufwerten oder starke Figuren reinsetzen, wie die Mali oder Seladron das haben. Und deswegen ist das so ein bisschen anders bei den Dämonen. Prinzipiell aber gelten die gleichen Regeln. Ich möchte halt irgendwie auf jeden Fall beim Gegner rein und ich möchte auch starke Kreaturen haben. Ich stelle einfach mal 5, 3 und 2 auf. 5 und 3 sollten nebeneinander stehen. Wo die 2 steht, ist relativ egal. Wenn man mit Ruinen steht, könnte man es unter die Ruine stellen. Ansonsten auch irgendwie in die Mitte dazu schadet nicht. Genau, hier ist weiter die Regel, wenn ich irgendwie mit einem 5er oder mit einer großen Kreatur nach vorne gehe, ist das schon mal gut. Weil ich dann weniger Zeit brauche, als wenn ich mit mehreren Kleinen gleichzeitig nach vorne gehe. Wenn ich mit dem 3er nach vorne gehe, ist der schnell. Und was bei den Dämonen halt besonders ist, ist, dass der 5er neue Kreaturen ins Spiel bringen kann. Eben die Wichte. Und dass das besonders stark ist. Genau, das heißt erstmal die Idee ist, ich laufe mit meinem 5er, der ja eine gute Kreatur ist, nach vorne. Ich kann das entweder so machen, wie gerade. Oder ich lege einen Wicht rein. Und man kann sich dann in der nächsten Runde erst entscheiden, ob man den wieder einsammelt und sich bewegt. Ob man den einsammelt und eine 6 macht. Oder ob man doch irgendwas anderes macht. Das heißt, der gibt einem quasi so ein kleines Zeitpuffer, wo man gucken kann, was der Gegner macht. Genau. Das heißt, ich laufe erstmal mit dem nach vorne. Soweit es geht. Ich kann den 3er nehmen, falls hier 6er sind, die meinen bedrohen, um den Sammler zu decken. Und dann setze ich mir Wichte rein. Ich kann gegen kleinere Figuren, wenn hier zum Beispiel ein 3er von den Mali stünde, Wichte offensiv reinsetzen. Er könnte den jetzt schlagen, wird dann aber auch geschlagen, wodurch ich deutlich mehr Punkte bekomme. Denn er bekommt ja nur einen. Und ich bedrohe ihn schon, da ich ihn ja einsammeln und schlagen kann. Das heißt, er muss im Zweifel wegziehen. Oder ich setze halt wie den hier unten defensive Wichte ein. Und schütze meine Figuren einfach davor, geschlagen zu werden. Mit der Option, die jeweils noch in eine 2 aufzuwerten. Was ich dann noch für Optionen habe, wenn ich sehe, der Gegner hat keine eigenen Sätze, ist, ich kann den zu einer 4 aufwerten und anfangen, Trigger-Punkte zu sammeln. Kann dadurch dann die Besessene, die hier hinten rumsteht, auch relativ schnell ins Spiel bringen. Mit dem Zauber zum Beispiel. Oder ich fange halt an, Wichte reinzusetzen und werte dann die Wichte entsprechend auf. Zum Beispiel, wenn das hier noch ein Dreier ist, komme ich halt innerhalb von zwei Zügen dazu, hier auch einen Dreier zu haben. Und dann kann ich wieder mit den Dreiern fiese Sachen machen. Und kann gleichzeitig, ja, zum Beispiel hier, wenn ich einen Wicht reinsetze. Okay, so zum Beispiel in der Situation. Die hier muss noch gar nicht da sein, die kann noch da unten stehen. Wird schon brandgefährlich. Denn egal, was hier steht für eine Kreatur. Selbst wenn hier eine 5er-Kreatur steht, die ist dann nicht direkt bedroht durch meinen 5er vom Schlag. Aber die kann halt den Wicht nicht mehr schlagen, weil ich fusionieren und zurückschlagen kann. Eine 6er-Kreatur könnte den Wicht ja auch nicht schlagen, weil schon ein Dreier daneben steht. Und vor allem, egal was für eine Kreatur hier steht, sie muss jetzt weg. Denn sonst kann ich den Wicht einfach zu einer 2 aufwerten und hiermit schlagen. Das heißt, wenn ich irgendwie in dieser Position bin, dass ich einen 5er und zwei Dreier mir schon gemacht habe, was halt durch Reinsetzen des Wichtes und zweimal aufwerten funktioniert, kann ich schon mit weiteren Wichten sehr viel Druck aufbauen, da der Gegner quasi gezwungen ist wegzuziehen und da ich sonst einfach zu besessen aufwerten könnte. Das ist so ungefähr die Idee. Ich wiederhole nochmal, wir starten mit 5, 3, 2. Die sollten ungefähr nebeneinander stehen. Und der 5er zieht nach vorne. Falls es irgendwie bedrohlich wird oder so, kann er sich einen Wicht reinsetzen. Der Dreier kann hinterherziehen, um gegen Zweier zu schützen. Und dann muss ich mal gucken, was ich mit Aufwertung machen kann. Stark wird es, wenn ich zwei Dreier habe nebeneinander. Denn dann kann ich durch den 5er mit Wichten und dann Aufwertung zu Besessenen fiese Sachen machen und den Gegner unter Druck setzen. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Probiert es doch einfach mal aus, wie euch das gefällt. Ist vermutlich auch ein bisschen Geschmackssache. Und dann wünsche ich euch bis dahin erstmal viel Spaß.